Unter der sanften Oberfläche des Meeres In unendlicher Tiefe In undurchdringlicher Dunkelheit Unter unvorstellbarem Druck Keine uns bekannte Lebensform könnte unter diesen Bedingungen existieren. Hier gibt es nur ewiges Schweigen. Und die Crew von Deep Star Six Die Nation darf keinen Außenkontakt bekommen. Das wäre katastrophal. Sie sind von... Und einen Ausstieg noch und dann nichts wie weg hier. Was ist denn mit dir los? Hast du was gegen Fisch, Gary? Sie sind Eindringlinge. Okay, Freunde, aber zu Hause lass die Finger davon. In einer Welt, die noch nie ein menschliches Wesen betreten hat. Sonarkontakt. Hier unten. Ich würde mich gern da draußen umsehen. Objekt nähert sich. Auf 300 Meter. Was kann es nur sein? 250. Sieht euch dieses Baby an. 200. Noch 150. Ich glaube, jetzt gibt es Probleme was. 100 Meter. Los weg hier, wir sind im Arsch. Gleich werden sie eine schockierende Entdeckung machen. Nicht alle Aliens kommen aus dem Weltall. Wir müssen noch mal runter. Die Hälfte unserer Crew ist verloren. Wir müssen uns was einfallen. Holen Sie noch einmal tief los. Von dem Schöpfer des genialen Horrorfilms Freitag, der 13. Jetzt das Meisterwerk. Deep Star Six. Meirei, Meirei. Hier Deep Star Six. Deep Star Six. SOS bei Open Home. Big Star Six. Um. Vielen Dank.